Ich heiße Bianca. Hallo! Hallo! Unsere Spielsachen fahren heute in einen Spa-Salon. Und Bianca geht heute in einen Spa-Salon. Ich fahr den Zug. Bianca, schnallst du dich an? Sicher. Wir schnallen alle Passagiere an. Ist gut. Wir sind bereit. Los geht's. Tchuch, 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 tchuch. Stopp! Ein Haus! Hallo, Bianca! Nimmst du mich mit zum Spa? Ja, danke. Komm! Das Pony nimmt den blauen Waggon. Da sind Äpfel drauf. Weil das Äpfel Jack ist. Los geht's. Wer wohnt in diesem Häuschen? Das ist Emily. Ich wollte mir gerade die Haare waschen. Gibt es im Spa-Salon ein Friseur? Ja. Dann komm ich mit. Setz dich in den Waggon. Ich mag rot. Schnall dich an, Emily. Ich komme auch. Das ist ein Schloss. In einem Schloss muss sicher eine Prinzessin wohnen. Wo ist sie? Hier ist keiner. Hallo, Prinzessin. Wir haben sie gefunden. Wieso weinst du? Mein Spa-Salon ist kaputt gegangen. Keine Sorge. Wir helfen dir. Den Spiegel heben wir. Hier kommen die Spangen hin. Schiere. Machst du mir eine coole Frisur? Ja. Bin ich hübsch. Mir muss die Mähne gekämmt werden. So viele Kämme. Den nehme ich. Echte Friseure benutzen einen speziellen Gürtel. Mit Taschen. Was legen wir da rein? Ein Kamm. Ist gut. Außerdem haben wir eine Schere und einen Föhn. Die legen wir auch in unsere Taschen. Föhn. Föhn. Und Schere. Applejack, bist du bereit? Natürlich bin ich bereit. Natürlich bin ich bereit. Ich habe schon länger meine Mähne nicht gekämmt. Noch mehr. Noch mehr. Und mein Schwanz auch. Bitte. Wir haben Emily ganz vergessen. sie musste die Haare waschen. Sie musste die Haare waschen. Bianca, bring sie zum Becken. Das zweite Gummi nehmen wir ab. Setz dich bitte, Emily. Emily. Bianca, wäsch dir jetzt die Haare. Wir suchen uns einen rosa Mädchenbecher aus. Emilys Haare sind gleich wieder sauber. Kippt noch mehr. Pass auf, dass kein Wasser in die Augen gerät. Wieso soll kein Wasser in die Augen geraten? Weil das unangenehm ist, wenn man Wasser in die Augen bekommt. Magst du es? Nein. Emily mag es auch nicht. Hierher. Fertig? Ja. Schön sauber. Ich habe meinen Becher ins Becken geworfen. Prinzessin, wo ist das Handtuch? Wir müssen Emilys Haare trocknen. Danke. Bitte sehr, Bianca. Du bist eine echte Friseuse, Bianca. Ich mag Haare waschen. Schön. Schön. Wer saubere Haare hat, wird gleich viel schöner. Was hat sie auf der Hand? Einen Schmuck? Sowas will ich auch. Ich habe Farben. Das ist extra Schminkfarbe. Ist ja schön. Ich möchte verschiedene Farbige Hände und eine neue Maniküre. Diese Hand soll gelb sein. Ich male eine Blume. Wie eine Sonne. Ich male eine Blume. Und wer bemalt mir die Wangen? Ich. Welche Farbe suchst du aus, Bianca? Gelb. Und welche Farbe nehmen wir für diese Wange? auch gelb? Ja. Und danach möchte ich noch eine Maniküre. Okay? Warte, ich wasche den Pinsel. Die Maniküre machen wir mit Stiften. Wir suchen uns eine Farbe aus. Gelb. Ist gut. Kann dieser Finger rosa sein? Natürlich. Na? Schön. Und den hier hellblau. Blau ist noch schöner. Prinzessin, gefällt's dir? Ist ja schön. Aber ein Finger fehlt noch. Oh. Welche Farbe sollen wir wählen? Rosa vielleicht? Fertig. Toll. Die Prinzessin hat einen wunderbaren Schönheitssalon. Jetzt bin ich hübsch. Und noch Lippenstift. Lippenstift. Was bemalt man mit einem Lippenstift? Lippen. Ich freue mich so sehr, dass ich wieder einen Schönheitssalon habe. Vielen Dank. Bianca, hat es dir Spaß gemacht, in einem Schönheitssalon zu arbeiten? Ja. Und wie spielst du mit deinen Spielsachen? Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Kapuki. Kanuki. Tschüss. 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 Bei Gelben Panda.